ok, komm schnell, 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 alle weg, alle weg, alle weg, komm, fliegt Leute, fliegt! Er fliegt einfach nicht. Schutzschild on Schutzschild on, off, 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 on, off. Hui! Einer von gerade noch dabei oder? Ja. Hui! Wollen spielen? Juckt wen? Lass mich mal durch. Ja okay, komm Misha, komm. Schnee. Ja, bin drin. Keiner kann spielen, das ist so funny. Gotti, ich nehm' auf. Ja, ich nehm' auch auf. Okay, solltest du es nicht jetzt noch länger als lassen? 10 Sekunden, aber länger nicht, sonst ist es halt echt behindert. Bin weg. Gekickt oder? Nö, nö. Einfach weggegangen. Ja, einfach weggegangen. Achso. That's a server prank, Alter. It's a prank. It's a prank, bro. Just a prank, just a prank. Ich habe mir gleich was zu fressen, dann gehe ich wieder in den Lobby. Du musst da mal AFK stehen. Ja. Ich stelle vor, es passiert halt wirklich aus Versehen. Kickt vor, AFK-Play. Oh man, Alter. Es ist so lustig. Und dann so einen Zeitraffer draus machen. Motz. Und dann kommt da so nachher der Altman. Klein Motz. Und bannt mich. Melde dich auf unserem TS, wenn du wieder nicht AFK bist. Das muss ich mal so bringen vorher schreiben, bevor ich das aktiviere. Bin AFK und dann aktivieren und weggehen. So zum Training oder so. Schön zwei Stunden lang weg sein. Oh man. Oder eben ein Video schneiden. Nein, scheiße. Der Supporter ist wieder raus. Das heißt, er könnte in der Lobby gammeln. Warte, ich schau mal nach. Ja, egal. Du hast ja jetzt gemacht. Ja, ich weiß. Öfters würde ich es jetzt nicht mehr machen. Wenn ich irgendwann mal den YouTuber bekommen sollte, werde ich es auch mal machen. Junge, das ist so lustig. Ich weiß. Okay. Oh, Troopers ist es da. Erstmal wegboosten. Ja, wie ist das? Keine Ahnung. Der kommt nicht mehr weg. Der ist jetzt über den Schildern. Ey, jetzt solltest du es wieder machen. Ich booste den immer wieder hoch. Toggelst du das so? Ja. Die sind jetzt alle über den Schildern und kommen nicht mehr weg. Komm mal raus. Das ist so funny. Komm mal raus. Komm mal raus. Komm mal raus. Komm mal nach oben. Lol, ich bin auch... Lol. Warte, ich woppe mal eben. Warte. Okay. Guck mal, wo die sind. Boost, Leute. Boost. Wesox ist da. Boost. Wesox ist da. Boost. Ey, Wesox ist da. Hey Junge, der wollte das. Der ist schon nicht mehr da. Letzte Verwarnung. Nein. Okay. Ich würde das Teil mal aus der Hotbahn nehmen oder so. Geht nicht. Siehst du, die wollen alle nach oben. Die wollen doch. Wesox. Die wollten nach oben. Jetzt pass auf. Ich bin jetzt nicht mehr da. Aber Uso ist da. Ich geh mal. Komm raus aus der Ecke. Jetzt macht's Horschi die ganze Zeit Mann. Sein Ernst. Der kann doch da drinnen. Horschi fliegt nicht, das ist das langweilige. Also wenn du es nicht vor dem... Du kannst es ja vor dem Eingang machen. Vor dem Eingang ist noch viel geiler. Also da... Okay, das ist ja immerhin nicht die Schilder. Mö. Hui! Der hat auch Spaß, Alter. Spaß für sein Leben, Alter. Du, viel Spaß im Leben. Oh, nein! Oh, nein! Oh! LOL! LOL! Komm, help, Misha! Nein, geil! Komm her, komm her! Warte, warte! Komm her! Mö! Hi! Hi, du kannst ja fliegen! Hey Flyhacks, Alter! Ey, warte, lass das mal. Ich nöde das mal in einem Extrat-Hacker auf, ohne dass man das halt so sieht. Alter, Misha, du Hacker. Mein Junge, hör auf zu hacken! Hey, verdrühmt es da. Lecker. Wie einfach da oben steht. Kommt auch! Jetzt sind hier zwei, hui, oh ne, Tupacist ist zu weit weggeflogen. Oh, ich bin weg. Schade. Komm hoch, komm hoch, Bro. Komm hoch! Lass uns das mal nach anmachen. Achso, ja, stimmt, ja. Ja, nein. Also, David hab ich, und euch, ja, ich hab euch beide, Alter. Flyhacker. Easy Flyhacks of Ice Vision. Ja, das wird das Thumbnail, Alter. Kommt da im Inventar, Mann. Easy Flyhacks of Ice Vision, Amener. Und David ist weg. Mö. Hier. Kade. Warten. Oh. Warte, lass mal los, lass mal weg. Warte, warte, warte. Lass mal weg. Warte, warte, ich bin gerade einmal, warte.